Ah, du Scheiß! Ah, fuck war das jetzt laut. Sorry, Leute. Ja, ich bin, äh, verdammt müde, weil ich... Ach, egal. Ähm, ich wollte euch nur was sagen, und zwar beginnt mal wieder ein neues Projekt, und ich weiß, was ihr jetzt denkt von mir. Ihr denkt, oh mein Gott, wie viele Projekte macht ihr noch neu, Alter? So viele Projekte, die ihr dann noch abschließen müsst. Ich mein, hier, schaut mal da, aktuell... Na gut, das hier könnt ich wegmachen, aber das muss ich auch irgendwann nochmal aufnehmen. Ah, Gott. Also, ich komme sowieso in letzter Zeit kaum zum Aufnehmen, weil ich eher wenig Zeit habe, also nicht so viel Zeit habe. Da habe ich bald wieder Praktikum, also nicht mehr so viel Zeit. Und Tales of Tasia, ähm, ist erstmal pauschiert. Lups. Also Tales of Tasia wird jetzt erstmal eine Zeit lang pausiert sein. Es war ja sowieso ursprünglich als unregelmäßiges Projekt geplant. Ähm, Minish Cap wird weitergehen in ein, zwei Wochen. Scheiße, Mario, würde ich auch nochmal bald was aufnehmen. Ähm, boah, Entschuldigung, ich habe jetzt... Boah, das tut mir echt leid. Ähm, naja, es wird ein neues Together starten, auf diesem Kanal. Nicht das Überraschungsprojekt, das dauert noch. Ähm, ja, und dieses neue Together kann auch sein, dass es ein bisschen länger dauert. Allerdings werde ich dann vielleicht mehr Parts an einem Tag hochladen oder so. Kommt drauf an. Aber ich denke schon, dass wir da oft zum Aufnehmen kommen. Hoffe ich zumindest, weil ich nicht mehr viel Zeit habe, danach bald noch was aufzunehmen. Deswegen hoffe ich, dass wir heute oder morgen... Ne, heute nicht mehr, aber morgen noch viel zum Aufnehmen kommen und dann ein bisschen was auf Vorrat haben. Ähm, ja, was ist das neue Projekt? Ach, dann lasst es euch einfach überraschen. Ähm, es ist zwar nicht das Überraschungsprojekt, aber egal. Ähm, ja, das kommt dann... Heute, denke ich, schon mal der erste Part davon. Ähm, ja, falls ihr euch denkt, was mit den alten Projekten ist, also mit den aktuellen Projekten. Scheiße, Mario World wird fortgesetzt. Minish Cap wird in ein, zwei Wochen fortgesetzt. Fifteen Minutes bleibt ohne regelmäßig, Tales of Antasia ist pausiert und Battletoads of Double Dragon wird irgendwann einmal, wenn ich Bock drauf habe, fortgesetzt. Ähm, ja. Und sonst, äh, weiß ich nicht. Ähm, 8.38 hat eine zweite Adventure-Map für mich gebaut, die ich auch irgendwann noch Let's Playen muss. Äh, was heißt muss, also... Ihr wisst schon, was ich mit muss meine, ne? Dann kommt noch ein Together und der fucking Dreckige Grief hat mir geschrieben. Ich geh mal auf Nahrungssuche. Wann Aachen? Toll, jetzt hat das total gespoilert. Na gut. Ja, okay. Ähm, Portal 2 wird das nächste Together sein. Ähm, passt irgendwie total nicht. Äh, okay, auf meinen Kanal schon, aber für DJ passt das irgendwie gar nicht. Ähm. Hm, naja. Also, gut. Portal 2 ist neu Together, dann kommt noch ein Together und dann kommt irgendwann mal das Überraschungsprojekt. Tut mir leid, das wird mich noch ein bisschen nennen mit dem Überraschungsprojekt. Und Epic Telephone, ey, es ist nichts, heute läuft irgendwie. Das war schon, was ich sagen wollte. Ciao, euer Toasty. 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 Ciao, euer Toasty.